Und sich alleine mit andenken, Chef. Mich nix. Ciao, ciao. Denk daran, wir suchen keinen Ärger. Wir müssen so schnell wie möglich nach Kündishain gelangen. Ist mir klar, aber ich werde da mit Sicherheit nicht hochgehen. Ach, wird's auch nicht dauern, das ist gut. Der Riesenhügel gefällt mir nämlich gar nicht. Ich würde jetzt glatt mal eine Maustaste hier drücken, dass ich unendlich gehen könnte, aber... Das ist ein berüchtigtes Banditenversteck. Aber es ist auch der schnellste Weg nach Kündishain, also müssen wir vielleicht ein paar Banditen töten. Echt? Ich glaube nicht. Die Waldhammer-Türmer habe ich schon alle gegrast, also glaub weiter. Alles, was dahinter ist, habe ich nicht abgegrast. Da kannst du dann wieder kamellen. Banditen wirst du mit Sicherheit nicht kennen müssen. Toll, jetzt fängt er noch mal zu pissen, ey. Wunderschön. Ach, dann brenne ich mich jetzt nicht so lange, wenn der Drache mich mit seinem scheiß Atem trifft. Kommt die Finger. Ja, ich weiß, es hat sich cool angeht. Auf der einen Seite sage ich, die soll nicht so schnell laufen. Auf der anderen Seite sage ich, die soll schneller laufen. Ich bin äußerst sinnvoll manchmal. Aber es macht nichts. Das seid ihr wahrscheinlich von mir gewohnt. Und noch was. Du hast einen hässlichen Arsch. So, jetzt noch mal stehen bleibst, ne? Das ist ein Arsch. Dein Arsch ist hässlicher und fetter. Ja, ich bin böse und gemein. Kann ich mit leben. Pass auf, Wölfe! Äh, ja. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azora, der Göttin der Dämmer. Entschuldige. Wir überqueren den Weißfluss und folgen seinem Lauf nach Windeln. Dann können wir in Südrichtung nach Künesthain abdrehen. Cool. Also, diesen Weg hätte ich sicherlich alle nicht wirklich gefunden. Zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit. Ich bin ganz froh. Also... Cool. Wir dürfen noch einen Drachen töten. Und nach dem Drachen werde ich auch wahrscheinlich Ende machen. Brauch ich mal, denke ich mal. Keine Ahnung. Wo bin ich jetzt hier? Ach, es geht. Na, dann werde ich... Nach dem Ding werde ich auch nach Windhelm durchgehen erstmal. Gucken, was es da noch alles gibt. Denke ich. Werde ich wahrscheinlich tun, ja. Wir sollten in Bewegung bleiben. Na, ernsthaft? Was mich stutzig macht, zum Beispiel der Drache, der mich da so entdeckt hatte, über dem kommigen Grab da. Also... Ey, eine Wache. Was wirst du für eine Wache? Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Jawohl, Chef. Es gibt ein Gasthaus in Künesthain, das düst der Wald. Dort soll ein wohlschmeckendes, dummes Bier ausgeschenkt werden. Kommt selbstverständlich nicht an den schlafenden Riesen heran. Das ist natürlich sehr schön. Ich habe heute meine Ration von allem erlebt. Äh, ich kriege heute eine Ration Spinnen, ich kriege eine Ration Drauger, ich kriege eine Ration Drache. Super. Ich glaube, davon habe ich ja schon lange geträumt. Wir können uns keine Verzögerungen leisten. Ich schwafel nicht so viel, schaff mir die Feinde aus dem Arsch und dann ist gut. Halleluja. Mein Säbelzahntiger. Ihr hättet euch jemand anderen für eure Wache ausliefen sollen. Alter. Ich hoffe, die mit zwei Schlingen hatte ich den ausliefen gehauen. Ich hoffe, die stirbt bei dem Drachen, weil dann kriege ich nämlich der ihr schwer. Fratadaa. Ich meine, die Wungen ist auf. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht die beste Art war, mich vorzustellen. Aber alte Gewohnheiten. Ihr wisst schon. Nein, ich weiß nicht. Erklär es mir. Denk daran, wir suchen keinen Ärger. Wir müssen so schnell wie möglich nach Kinesheim gelangen. Sind wir jetzt nicht schon da? Ah, da ist das Drachen, ja. Da ist dann halt Windhelm. Das sind kohlen Namen, die haben. Windhelm, Einsamkeit, Schloss, Elend. Wow, ehrlich. Da geht mir also ziemlich einer ab, bei solchen Namen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Künishain liegt gleich die Straße hinunter im Südosten. Okay, du bist relativ schlecht programmiert, kann es sein? Mir gehört der Frost-Diestelhof außerhalb der Stadt. Ehrlicher Arbeit. Noch ein bisschen eintritt. Das ist Künishain. Besonders hübsch ist es nicht. Der Gastwirt kann uns sicher sagen, ob es in der Nähe ein Drachenhügel gibt. Tja. Das ist Künishain, ich sehe noch kein Künishain, aber ist okay. Jetzt habe ich sogar entdeckt, aber... Ach, da, das nennt sich Künishain. Wartet, da stimmt etwas nicht. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache, er greift an. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Sehr schön. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Wissen Sie das nicht, dass ein Drache angreift? Wir kommen vielleicht zu spät. Da ist mein Süßer. Schatzelein. Shit again. Oh, was ist das denn? Oh, eine Höhle. Baby. Baby. Beide vor Hans Augen. Seht euch diesen riesigen Mistkerl an. Und behaltet den Kopf unten mal sehen, was ihr macht. Ich will den Kopf unten mal nicht wieder scheiß wie endlich töten und angreifen und so. Vernichtend. Steifel. Fackel. Sturmmittelbrustpanzer. Pah. Schuppenhelm.